Innere Leere ist ein Gefühl oder besser gesagt die Abwesenheit eines Gefühls, das viele Gesichter haben kann. Manche fühlen sich von ihren Gefühlen und Bedürfnissen abgeschnitten, manchen fehlt eher das Gefühl zu wissen, wer sie sind oder was sie überhaupt wollen und andere erleben Innere Leere als eine tiefe Sehnsucht oder auch Einsamkeit. Innere Leere kann auf ganz unterschiedlichen Wegen entstehen. Plötzliche Ereignisse wie zum Beispiel der Verlust eines wichtigen Menschen, eines Jobs oder natürlich auch Heimweh können ebenso Auslöser sein wie frühere traumatische Erfahrungen. Solche Situationen alleine reichen allerdings nicht aus für die Entstehung einer inneren Lehre. Entscheidend ist tatsächlich, wie wir sie bewerten. Manchmal reden wir uns nämlich in solchen Situationen ein, nicht genug zu sein oder gar nicht selber entscheiden zu können, wie es weitergehen soll. Und genau solche Bewertungsmuster erlernen wir bereits im Kindesalter oder auch in der Jugend und speichern sie dann wie andere Verhaltensmuster unterbewusst ab. Eine super hilfreiche Strategie ist Achtsamkeit. Zum Beispiel im Rahmen von geführten Meditationen, Achtsamkeitsübungen oder auch beim Yoga. Denn Achtsamkeit hilft uns genauer hinzuschauen, was da ist, ohne zu bewerten oder verändern zu wollen. Achtsamkeit erlaubt uns also wieder behutsam mit unseren Gefühlen in Kontakt zu treten. Eine andere Möglichkeit ist das sogenannte Journaling oder wie man früher gesagt hat Tagebuch schreiben. Du kannst zum Beispiel anfangen, indem du dir einmal pro Woche oder täglich folgende Fragen beantwortest. Was ist heute passiert? Was war vielleicht schwierig und wie habe ich mich dabei gefühlt? Und das Wichtigste natürlich, was habe ich heute gut gemacht? Innere Lehre kann auch mit einer inneren Anspannung einhergehen. In solchen Momenten kann es helfen, diese innere Anspannung zu reduzieren. Eine der besten Methoden ist es, sogenannte Skills einzusetzen. Skills sind Verhaltensweisen, die kurzfristig die Anspannung reduzieren, aber uns langfristig nicht schädigen. Sie helfen uns also dabei, uns abzulenken, ohne dabei weitere Probleme zu verursachen. Bei innerer Lehre sind vor allem die Skills hilfreich, die deinem Leben wieder mehr Bedeutung geben und dich lebendig werden lassen. Wie zum Beispiel tanzen, laute Musik hören, sich mit einer Freundin oder einem Freund treffen, vielleicht auch was richtig scharfes kochen und dann danach natürlich auch essen. Und ja, alles was dein Leben für einen Moment bunter, schöner, aufregender und spannender werden lässt.